Ja, es bleibt dabei. Und wir wählen zum dritten Mal Van der Bellen. Warum? Weil er hat erstens einmal das nötige Auftreten, auch im europäischen Stadtenverbund. Zweitens seine Haltung für miteinander und nicht gegeneinander. Und das gegenseitige Ausspielen, das schadet unserem Staat und auch unserer Gesellschaft. Er hat auch Handschlagqualität, das man von vielen Politikern eben nicht mehr erwarten kann. Und für mich ist einfach Van der Bellen der Kandidat und der zukünftige Bundespräsident von Österreich.